Ihr seid im Team, ich dachte mir, beim ersten Alter ist das mies Und dann höre ich den zweiten an und japp, dass du nackier Das funktioniert im Gegensatz zu Reapers, englischen Rap Ich höre zwei Sekunden und denke mir, fuck, ist that schlecht Ein Mann ist da Tag 1 schon dabei Das wär mir peinlich, der verliert gegen Mantis Dein Anspruch ist immer der geilste zu sein Dein innerer Roshni ist froh, dass dein Teammate so whack ist Cool, dass du so überzeugt den Takt verfehlst Dass die Leute manchmal denken, das wär Style Du rappst, als hättest du den Text davon nie angesehen Und vergiss beim Aufnehmen sechsmal dein Lime Alles so broke, du musst schon anfangen, deine Maske zu kleben Und pass mal auf dein Ego, auf das platzt aus den Nähten Dieser Niemand tut, als wär ihm alles egal Außer er verliert, dann bitte Runden runternehmen Hey Roshni, NMD Ey, sag mal, was ist dein Problem? Es ist klar, sich versorgen, ne Leistung zu steh'n Doch nach der Runde kannst du dich selber runternehmen Du tust auf cool, doch bist nur ein peinlicher Fake-Bit-Stimmen Wenn du verlierst, machst du auf Discord erstmal einen Rage-Quid Du Schrotthaufen, deliverst hier so mäßig Qualitätskontrolle Ihr werdet vom Filter ausgesiebt Der eine Typ wirkt, als hätte er zu viel JBB gesehen Der andere, als wird er nach dem Dreh Die in die Spielen gehen, folgendes ist wahr Auch wenn es mir keiner glaubt Geheimratzecken größer als der Bauch Ah, Beats, die ihr piegt und so komplett nicht eure Liga Auf den schwindet ihr nach hinten, als wird dir das Haar von Reaper Schlägt aus und macht ein Tape, denn euch kann sonst keiner ertragen Und wir freuen uns auf die Platte, so wie Reaper in 6 Jahren Ich mach hier mit, um solche Whack-It's für euch umzuklatschen Und ihr zwei macht Dance-Off mit für 100 Tacken So nötig wie ihr es habt, klingt das Ganze richtig mies Der Georgie ist für euch zu einfach so nett, aber so wie Mr. Beast Ich meine Reaper, du hast sicher deine Gründe Doch du brauchst keine Maske, du brauchst eine Mütze Und sowas wollte ich auch zu niemand sagen eigentlich Bis ich merkte, das ist keine Maske, sondern sein Gesicht